Hey, herzlich Willkommen auf Nosterafurz, hier ist ein ganz schönes Community, und hier ist die Frau, das wird zensiert, auch schon, das ist mir aber egal. Und hier ist der Phil, er hat schönes Haar, ja, finde ich auch. Du hast auch. Streich ihn jetzt alle mal durch. Alle mal durch Haar streichen. Aber er genießt das richtig. Und durch den Bart streichen. Und durch den Bart, jetzt ist der Bart dran. Ah, Phil. So weich. Du hast nur einen Strich in Harry Potter. Wir sollten aber versuchen dich zu Harry Potter zu machen. Das ist schön. Damit hörst du auch.